3. Getting to know others. Kennenlernen. Hi. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. How are you? Wie geht's? Wie geht's? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien? In welchem Hotel wohnen Sie? In welchem Hotel wohnen Sie? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? How long will you be staying? Wie lange bleiben Sie? Wie lange bleiben Sie? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier? Gefällt es Ihnen hier? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub? Machen Sie hier Urlaub? Please, do visit me sometime. Besuchen Sie mich mal. Besuchen Sie mich mal. Here is my address. Hier ist meine Adresse. Hier ist meine Adresse. Shall we see each other tomorrow? Sehen wir uns morgen? Sehen wir uns morgen? I am sorry, but I already have plans. Tut mir leid. Ich habe schon etwas vor. Tut mir leid. Ich habe schon etwas vor. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.